Das perfekte Haustier für Kinderkatze, Hund oder Hamster, finde die beste Wahl. Die Entscheidung für das richtige Haustier für Kinder hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Wohnsituation, der Zeit und dem Geld, das man für das Haustier aufbringen kann, sowie den Vorlieben und Bedürfnissen der Kinder. Eine Katze kann eine gute Wahl sein, da sie relativ pflegeleicht ist und weniger Aufmerksamkeit benötigt als ein Hund. Katzen sind jedoch oft eigenständiger und weniger verspielt als Hunde, was für manche Kinder weniger spannend sein könnte. Ein Hund ist ein treuer Begleiter und kann Kindern viel Freude bereiten, aber er erfordert auch viel Zeit, Training und Auslauf. Es ist wichtig, dass die Familie genug Zeit hat, um sich um den Hund zu kümmern und ihn artgerecht zu halten. Ein Hamster ist ein kleines und pflegeleichtes Haustier, das weniger Platz benötigt als eine Katze oder ein Hund. Hamster sind jedoch nachtaktiv und sollten daher tagsüber nicht gestört werden. Sie eignen sich gut für Kinder, die gerne ein kleines Haustier zum Beobachten und Pflegen haben möchten. Letztendlich hängt die Wahl des richtigen Haustiers für Kinder von den individuellen Umständen und Vorlieben der Familie ab. Es ist wichtig, dass das Haustier gut gepflegt wird und sich in der Familie wohlfühlt. Das ist wichtig, dass das Haustier gut gepflegt wird.